Hey Leute, ich bin's wieder, euer Nitro Küken und heute mit einem, ja, wie soll man sagen, schlechten News. Wie ihr sehen könnt, ich spiel jetzt ja gerade nicht Edna bricht aus, es liegt daran, dass ich entschlossen hab, das Projekt Edna bricht aus zu jetzt mal schließen, da es sich nicht mehr wirklich lohnt. Und ich erklär's dir jetzt mal geschwind wieso, ähm, wo ich die ersten Parts rausgebracht hab, hatten die Videos bis zu, ja, 40 Aufrufe und in den letzten Wochen haben die Videos nicht mal mehr 20 Aufrufe und es lohnt sich einfach nicht mehr für mich, das jetzt weiterzumachen und ich hoffe, ihr habt da auch ein Stück weit Verständnis. Ich hab auch mehrmals zum Gebeten, dass ihr drunter schreibt, äh, wie ihr mich findet, ob ich was verbessern soll, es kam überhaupt nichts. Beim Riva ist immer irgendwas, ein Like oder so oder es steht ein Kommentar drunter, aber bei mir gar nichts. Und ich find's ein bisschen traurig und deshalb werde ich vorerst nichts mehr machen, außer unter dieses Video kommt mal etwas von euch, zum Beispiel, ob ihr irgendein anderes Spiel habt, das sich mehr interessiert. Weil ich seh's nicht mehr ein, ähm, mich nachmittags hinzulocken und da ein Video, äh, zu machen für euch, wobei sich's nicht mal mehr, ähm, ein Zehntel davon anguckt. Krass gesagt jetzt. Und es, ja, hab ich keinen Bock mehr drauf. Also, an euch ist es, liegt's jetzt. Ansonsten werd ich gar nichts mehr machen, auf dem Kanal. Ihr müsst jetzt mal sagen, was ihr wollt. Ich hab euch natürlich nicht gefragt, ob ich jetzt, äh, äh, na, ich bin so, ich hab's einfach mal gemacht, aber ich seh ja jetzt, dass es euch nicht mehr interessiert. Und es regt mich auf. Also, bitte, jetzt liegt's an euch. Schreibt drunter, welches Spiel soll ich spielen, welches euch interessieren würde. Ähm, und dann, falls, ja, oder was ich schön finden würde, irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Also dann, macht's gut, ich wünsch euch noch was. Für diese Woche wird dann kein Video mehr für mich kommen, als dann nächste Woche, wenn überhaupt. Also, ciao.